Hey Leute, mir ist aufgefallen, dass ich euch in meinen Videos zwar meine Erfahrung, Überzeugung und Werte mit auf den Weg gebe, aber der eigentliche Grund für den Channel war es in meinen Augen, dass ihr jemanden habt, der noch relativ nah an der Trennung dran ist, der das alles nachvollziehen kann und diesen Weg auch gerade geht. Es gibt viele Coaches hier auf YouTube zu dem Thema und die strahlen teilweise eine Art von Selbstsicherheit aus, die ihr braucht, um an das glauben zu können, was sie sagen. Und ich sage nicht, dass ich die nicht habe, ich bin inzwischen durch diese, ja, Art von Reise zu jemandem geworden, der sehr viel gelernt, probiert und erreicht hat. Das ist immer sehr relativ, aber für meine Verhältnisse behaupte ich das jetzt einfach mal von mir. Jedenfalls ist mir aufgefallen, dass es nur zwei Videos gibt, die mich wirklich zeigen, wie ich bin und war und die meine Entwicklung genau beschreiben. Und zwar das allererste Video und mein Umgang mit der Trauer. Und dann natürlich in jedem Video immer wieder Schnipsel meiner Erfahrungen, die ich mit euch oder mit mir selbst gemacht habe. Aber so ein wirkliches Update, wie meine Kontaktsperre läuft, welche Schwierigkeiten und Erfolgserlebnisse ich gemacht habe, gab es jetzt so in der Form noch nicht. Und vielleicht ist es für manche von euch hilfreich. Daher will ich euch das natürlich alles nicht vorenthalten. Und eigentlich sehe ich das auch aus meiner Pflicht an. Immerhin, was wollt ihr hier auf dem Channel, wenn ich selbst eigentlich nur nachplabber, was ich irgendwo aufgeschnappt habe, aber selbst keine Verbindung zu dem Ganzen habe. Also fassen wir es noch mal kurz zusammen. Mitte Dezember wurde ich verlassen. Ein bisschen was über eine Woche saß sie schon auf dem Nächsten, mit dem sie seit Anfang November geschrieben hat. Das wusste ich übrigens, weil sie es mir Mitte Neu mal gesagt hat, wo ich sie hätte fallen lassen müssen, wenn ich noch eine Chance darauf hätte haben wollen, das Ganze zu retten. Aber tut nichts zur Sache. Das Bitten, Betteln, Flehen ging weiter bis Ende Dezember. Daraufhin akzeptierte ich die Freundschaft und setzte mich mit dem Thema Ex zurück auseinander. Zwischendrin hatte ich immer wieder, ja, man kann es schon Rückfälle nennen, in denen ich immer wieder versucht habe, ihr zu zeigen, was ich wirklich für sie fühle und ihr endlos lange WhatsApp-Nachrichten geschickt habe. Die hat sie natürlich alle nachts um drei bekommen, während sie gerade bei ihm im Bett lag. Das war eine klasse Idee. Dann kam ein Blog von ihrer Seite aus für ein paar Tage und ich habe mich dafür irgendwie hintenrum entschuldigt, dachte ich sei wirklich über sie hinweg und sagte, wir können ja mal schauen, ob wir normal miteinander umgehen können. Also wieder Friendzone, in der ich bei jeder dritten Nachricht erzählt bekam, wie toll der Neue sei, wie oft sie bei ihm sei und bla bla bla. Das Ganze habe ich bis Mitte Ende Januar mitgemacht und dann kam ich zum Entschluss Kontaktsperrer. Wir haben bis dahin eigentlich ganz normal miteinander geschrieben und ich habe ihr dann eine letzte Nachricht geschrieben, in der ich erklärt habe, dass ich das alles so nicht kann, dass ich sie liebe und mich rein freundschaftlich überhaupt nicht für sie interessiere. Ihr alles Gute für die Zukunft gewünscht und dabei blieb es dann. Die nächsten Tage waren verdammt hart, aber ich hatte mich über die Tage davor schon wieder ein bisschen hochgekämpft. Also mein Entschluss kam nicht aus dem Nichts. Das hieß in meinem speziellen Fall erstmal, den ganzen Tag um mein Training zu legen und keinen Mist mehr zu fressen. Ich habe morgendliche Routinen geschaffen, um meinen Tag nicht mit miesen Gedanken um sie herum zu beginnen. Meditation, einen Kaffee morgens, das hat gereicht, um einen Grund zu haben aufzustehen. Ich habe Veränderungen in meiner Psyche bemerkt, ich war belastbarer und permanente stressbedingte Kopfschmerzen, die ich in der Beziehung eins dauernd hatte, waren auf einmal komplett verschwunden. Über die Meditation selber war mir Musik wieder wichtiger geworden und ich habe gemerkt, wie es mich entspannt hat. Also habe ich mir ein Klavier bestellt und hatte ein neues Hobby, das mich anfangs zugegebenermaßen mehr beschäftigt hat als jetzt gerade, aber weil ich heute andere Prioritäten habe und ich habe es nicht komplett gestrichen. Aber weiter im Text. Ich hatte also meine Routine, habe jeden Tag trainiert, spielte ein neues Instrument und jetzt zur Arbeit. Das war in der Zeit absolut nicht möglich. Ich war ständig krank und hatte sowieso ein angespanntes Verhältnis zu besten Arbeitszeiten. Da war es dann Anfang Februar auch so an der Zeit, sich was Neues zu suchen und ich hatte nach einem Monat einen Job, der eins zu eins dasselbe sein sollte wie mein letzter, nur um einiges besser bezahlt. Das hat mich dann zusätzlich motiviert. Es ist schwierig, jetzt noch nachzuvollziehen, wie ich zu dem Zeitpunkt über meine Ex gedacht habe, aber da der wirkliche Umschwung erst noch kam, hätte ich sie da vermutlich mit Kusshand zurückgenommen und habe alles nur gemacht, um mich davon abzulenken, an sie zu denken. Das ist mir bewusst. Mir ging es zwar um mich und ich wusste, dass kleine Erfolgserlebnisse jetzt das wichtigste sind, um dran zu bleiben, aber ich wollte zurück und ich würde niemals behaupten, dass es einfach für mich war, die Finger vom Handy zu lassen. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob es vielleicht schlauer für mich gewesen wäre, ihre Nummer einfach zu löschen, denn in WhatsApp und Insta zu schauen und zu sehen, ob sie online ist, war eine meiner Lieblingsbeschäftigungen bis Mitte Februar. Aber wenigstens nicht mehr. Vielleicht meine Art zu denken, dass man noch eine Art von Verbindung hat, aber es hat mir gereicht. Kurz reingeschaut, zuletzt online dann und dann, gut sie lebt, App geschlossen. Gebracht hat es mir nichts, außer dass die Zeit rum ging. Aber gemeldet habe ich mich bei ihr nie, in keiner Form. Anfang März habe ich dann gemerkt, dass diese Arbeit im Großraumberuf wie jemand anderen, das Einlernen in was, was mich überhaupt nicht interessierte und diese zehn bis elf Stunden pro Tag, die mich das Ganze kostete, einfach nichts mehr für mich sind. Ich hatte das, inklusive Migräneanfälle, trotzdem auf die Art schon mal jahrelang durchgezogen, aber für mich dann beschlossen, dass es das einfach nicht mehr wert war. Ich wollte nicht das Leben leben, das andere für notwendig hielten. Also habe ich mich hingesetzt und neue Pläne gemacht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein Gewerbe als Nebentätigkeit und funktionierte das einfach um. Aber da hatte ich einen Plan für zwei, drei Standbeine, die vielleicht vorab mehr Arbeit erforderten, aber wenigstens was für meine kreative Seite waren und für die es sich in meinen Augen gelohnt hat, seine gesamte Zeit zu investieren. Und in der Zeit habe ich auch mein erstes Video für den Channel aufgenommen. Witzigerweise hat sich meine Ex dann in der zweiten Märzwoche, als die ersten Videos online waren, gemeldet. Zu dem Thema, jetzt erzähle ich euch immer viel darüber, wie ihr eine Kontaktaufnahme eurer Ex einzuschätzen habt. Und zwar gibt es drei Möglichkeiten. Ein Indirect-Direct-Approach, da wird über komplett unwichtige Dinge versucht zu sehen, wie ihr ihnen gegenübersteht und ob ihr auf das Gespräch eingeht bzw. wie euer Interesse an ihnen ist. Dann könnten sie natürlich direkt sagen, was sie wollen. Normal wäre das nicht, aber möglich. Und die dritte Möglichkeit ist, dass sie irgendwas geklärt haben wollen. Ob für ihr Gewissen oder was Rechtliches ist, vollkommen egal. In dem Fall ist ihr Interesse an euch nicht höher als in dem Moment, in dem sie euch verlassen haben bzw. nicht hoch genug, als dass daraus was werden könnte. Also meine Aufgabe in dem Moment, wie ist ihre Nachricht einzuschätzen und hat sie Interesse? Und die Nachricht lautete, löschst du bitte noch meine Bilder? Da kam mir direkt die Frage hoch, wie man so dreist sein konnte, nach anderthalb Monaten ohne Kontakt sowas anzusprechen. Aber in meinen Augen war es kein Interesse an mir, sondern Scham oder Pflichtgefühl dem Neuen gegenüber. Jedenfalls war der Grund dafür absolut egal. Ich spiegelte das Verhalten und schrieb emotionslos was zurück. Hab ich schon. Daraufhin bekam ich einen Daumen zurück und es hatte sich erledigt. Seitdem nichts mehr. Und es ich gemerkt habe, wie sehr es meine Routine und meinen Fokus stört, wenn sie mit irgendwelchen belanglosen Mist auf mich zukommt. Sie aus meinem Leben zu streichen, muss nicht von Dauer sein. Aber ohne dass sie mit Interesse auf mich zukommt, geht mein eigenes Interesse gegen Null überhaupt noch was mit ihr zu tun zu haben. Sie hat noch das Potenzial, mich kaputt zu machen und ich denke, das weiß sie und diese Macht will sie nicht über mich. Scheinbar ist es ihr zu riskant, dass ich noch solche Dinge von ihr habe, aber witzigerweise habe ich sämtliche Bilder von ihr und mit uns schon Mitte Januar gelöscht, weil ich sie mir sonst immer wieder angesehen hätte und sie mich von mir abgelenkt hätten. Also weiter. Also weiter. Training läuft. Arbeit wird von Woche zu Woche besser und ich automatisiere sehr viel, um mehr Zeit auch für mich und meine Freizeit zu haben. Freunde kommen durch die momentane Situation nur ab und zu mal vorbei, aber ich bin verdammt froh, sie zu haben. Dating? Ja, da hatte ich ehrlich gesagt noch nie Probleme mit. Eher damit Frauen mit verdammt krassen roten Flaggen zu erkennen. Das ist für mich jetzt so nicht mehr der Fall. Ich habe meinen Frame und das müssen sie akzeptieren. Und ja, auch da gibt es gerade jemanden. Nicht als Ablenkung oder zum eifersüchtig machen der Ex, sondern ein beidseitiges Interesse und eine Wellenlänge, was ich so mit ihr nie hatte. Das früher war Lovebombing vom Feinsten. Zwei Tage richtig gut und nichts konnte zwischen uns kommen und zwei Tage angekeife, rumgeheule und rumgestresse. Leute, nie wieder. Sehe ich auch nur Anzeichen für eins der drei Dinge, bin ich sofort raus. Sowas verursacht Kopfschmerzen bei mir und die Sorgen, dass ich weder richtig arbeiten, noch trainieren, noch essen kann und keinen Spaß mehr an meinem Tag habe. Das ist es absolut nicht wert. Jetzt vielleicht noch der Grund, wieso ich drauf kam, euch auf dem Laufenden zu halten. Ende April habe ich durch Zufall gesehen, dass sie auf Facebook ihren Beziehungsstatus auf in einer Beziehung geändert hat. Und der Typ war verlinkt. Also bin ich draufgegangen, habe ihn mir angeschaut. Früher hätte mich sowas sagen lassen. Ach du Scheiße, ist das Ihr Ernst? Der Typ ist ja ein Witz und und und. Aber die Veränderung in mir ist mir direkt aufgefallen. Der Impuls dahin war da, aber nach ein paar Sekunden war der vorbei und ich dachte mir einfach nur, du arme Sau, wenn sie so zu dir ist wie zu mir. Und wenn nicht, so what? Es interessiert mich innerlich einen Scheiß, was mit ihr und ihm ist. Grundsätzlich hat sie mir das, was sie da öffentlich teilte, schon Mitte Dezember gesagt. Es änderte für mich absolut gar nichts, hätte aber mit der Einstellung, die ich vor drei Monaten hatte, meine Welt wieder komplett zerstört. Das ist die Macht, die euch die Kontaktsperre über euch selbst verleiht. Macht den ersten Schritt da rein. Ihr könnt nicht ändern, was sie fühlt und denkt. Ihr könnt es nur verschlimmern, indem ihr an was festhaltet, was war, aber nicht mehr ist. Ihr seht, ich habe auch verdammt viele Fehler gemacht und bei mir ist es genau dasselbe wie bei euch. Aber a, sehe ich sie nicht mehr als das, was sie innerhalb der Beziehung war. B, habe ich sie in einer Trennung erlebt und weiß, was mich erwartet, wenn sie mal wieder auf die Ich-habe-keine-Gefühle-mehr-Tour kommt. Die hat sie bei ihren Ex-Freunden teilweise auch schon so abgezogen. Und c, ist es mir scheißegal, was sie macht. Andersrum ist es ja genauso. Da gehe ich nicht von dem aus, was sie am Ende gesagt hat, sondern wie sie gehandelt hat. Ja, so viel zum Status momentan. Ich bleib dran, arbeite an mir und versuche euch so viel es geht mit auf den Weg zu geben. Ganz ehrlich, was hier in letzter Zeit an Feedback, Mails und Abos ankommen. Einfach nur vielen, vielen Dank, Leute. Ich hätte nie gedacht, euch so viel mitgeben zu können oder selbst so eine Entwicklung durchmachen zu können. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn ich das kann, dass jeder von euch genauso hinkriegt, auch wenn der Anfang schwer sein mag. Macht's gut und bis zum nächsten Video.